Wenn ich höre, Indien die größte Demokratie der Welt, ja was heißt denn das? Die Parteien haben da die Leute schälen können, werden durch Tiere dargestellt. Die Kuh ist natürlich die liebte Kongresspartei, obwohl die jetzt wahrscheinlich nicht steht. Und dann, was der Kärnt, Indien ist das Kastenwesen. Das Kastenwesen ist durch seine religiöse Untermauerung schlimmer als die Apartheid, die da Afrika gewesen ist. Also wenn es einen undemokratischen Staat auf der Welt gibt, ist das Indien. Aber wir werden faszinierend für uns.